Alter! Alter! Die flog mir genau voll in die Presse. Das war ja geil! Er ist mein Klient, Piper. Warum steckst du deine Nase in Sachen, die dich nichts angeht? Hat Nix sich ein neues Haustier zugelegt, oder was? Du warst aber raschend ruhig. Alles wird gut, solange du wild bist. Außer bei einem Wildunfall, da ist es nicht so gut, wenn du wild bist. Und Vollgas! Oh, was? 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 Warte, fuck. Was war das denn? Ich warte immer noch darauf, dass hier auf der Treppe uns plötzlich jemand entgegenkommt. Was? Du hast doch gerade noch gesagt. Was? Ich hab das Pferd gesehen. Was? Die ist halt einfach da, wenn sie da ist, und wenn nicht, dann ist sie wahrscheinlich irgendwo anders. Was? Was? Oh Gott! Alter! Da müssen wir ja auch immer so Einreiseformulare ausfüllen, irgendwie in Amerika oder so. Führen sie Südbrüchte ein. Ja, warum soll ich das machen? Das tut doch weh. Samenverteiler-Rakete. Da fallen mir gerade so viele Sprüche für ein. 131 Gramm pro Sekunde an Insekten. Das ist so ein bisschen, wenn man im Sommer sein Fenster offen lässt. Und dann kommen auch 131 Gramm Insekten rein pro Sekunde. Also im Schiff halt. Alter Tenji, ich bin tot! Ah, du bist auch tot. Ja, ich gehe genau neben dir. Wir sinken. Oh Mann, Tenji, lass doch so einen Scheiß. Okay, ne, hier ist niemand. Oh Gott! Oh, Alter! Oh Gott! Oh, Alter! Wie auch immer, wenn Sie sich mit der Pridwen und meinem Stab vertraut gemacht haben, melden Sie sich auf den Flugdeck. Soldats, willkommen an Gott der Pridwen! Wer sollt uns mit seinem Stab vertraut machen? Entschuldigung. Oh Gott! Manchmal ist mein Humor sehr einfach. Kennt ihr diesen Typen, diesem Coca-Cola-Light? Coca-Cola nochmal! And Coca-Cola! Z-Z-Z-Z-Z-Zero! Kennt ihr den? Oh Gott! 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 Ja, Moin! Oh! Nein! 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 Warum zieht der so langsam seine... Politik ist am harmonischsten am Familientisch, bei Geburtstagen und Weihnachten. Auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Das sind genau die Orte, wo man gerne über Politik spricht. Gott sei Dank habe ich gespeichert. Übrigens, so endet der Abend dann auch, wenn du mit deiner Familie über Politik sprichst. Der vorne und schaffst. Hatte genau die ④ !